Kennen Sie das? Sie sind internetsüchtig und wollen ins Freie. Weg mit dem Browser, aufstehen, Schuhe anziehen, Jacke anziehen und jetzt ab ins Freie. Aber da gibt es ein Problem, nämlich die Internetsucht. Also schnell wieder zurück, Jacke ausziehen, zack, zack und schnell wieder vor dem Internet. Ja, das ist Internetsucht.